Go, go, go! Wie, go, go, go. Aber gehen wir jetzt schon in das Spiel? Ja, 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 pscht. Wir gehen jetzt ins Spiel. Boah, ich hab richtig Schiss, Alter. Ich bin so ein richtiger Schisser. Ich auch. Ich schwitze schon richtig. So, Shift ist rennen, ne? Shift ist rennen. Ja. So, dann zuerst das, dann das. Okay. Und dann Rechtsklick war anderes Material. Okay. Wir droppen jetzt, äh, da oben. Raus, raus, raus. Wo, 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 wo! A330. Die sind alle noch verwirrt und wissen nicht, ob das jetzt das Video geht. Ja, und wir sammeln schon mal alles. Du bist so klug, Alter. Deswegen bist du in meinem Team, Romadra. Nichts, weil du. Nichts, weil Kutscher vor Ort ist. Muss handeln, du vor Ort ist von mir. Warte mal, der ist ja nach rechts. Na, ist, der fliegt gerade geradeaus. Oder ist welcher? Ne. Doch. Den machen wir weg. Wie? Der hat, der hat, der hat so ein Schiff. Ja, guck mal mein Schiff an. Der ist ja voll futuristisch und so. Und ich bin, ne. Ich hab keine Ahnung, wie es hier lootmäßig ist. Der geht dahinter. Ich hab richtig Schiss. Ich hab jetzt schon Panik, Romadra. Romadra, ich hab Angst. Ich hab keine Ahnung, wo Loot ist. Hier ist keins. Hier ist nur Holz. Hier ist nur ein Stück Holz. Zur Not töte ich die alle selber. Alter. Ah, meine E-Taste geht nicht. Du musst die echt alle selber töten. Romadra, ich bin raus. Siehst du sie? Ne, aber ich hab keinen Ort gefunden. Ich hab keine Waffe gefunden. Ich geh dahinter. Ich geh irgendwo dahinter. Ich mach Pazifismus-Mode. Sind auf jeden Fall mal keine Profis. Keine Profis? Töte sie. Rennst du mir? Nein, nein, nein. Du musst mindestens Sweet Shield spielen oder so. Ja, ich hab hier grad ne Potion gefunden. Okay, aber die trinke ich jetzt allein. Sag mal mal. Oh, da hinten springt einer. Komm zu mir. Okay, okay. Ich komm zu dir. Also ich hab immer noch nichts. Ich hab noch eine. Komm, komm schnell. So, wie werde ich die los? Alt. Stimmt's? Ja. Ich muss mich alt machen. So, hier. Ah, ist zu weit weg, ne? Ne, ne. Bring sie mir. So, warte. Ich komm, ich komm, ich komm. Du bist Romatra, stimmt's? Ja. Komm her, komm her. Romatra, ich hab übelst Schiss. Ich kann das Spiel doch nicht. So, hier. Oh, ja. Hast du gesehen? Guck mal, wie ich das gut mache. Hab ich das gut gemacht? Ja. Okay. Wie krieg ich jetzt Waffen? Äh, ich hab dir eine... Oh, der Baum ist kaputt gegangen. Oh, da ist er. Da ist er vor uns. Hä? Alter. Töne ihn. Töne ihn irgendwie. Weil ich hab... Ich hab nichts. Dabei? Sehr gut. Töne ihn. Ich brauch seine Waffe. Oh, du bist ein Gott! Oh nein! Oh! So, hier ist eine Waffe. Sehr gut. Oh, hier. Guck mal, hier. Das sind richtig viele Waffen. Ja, ja. Gönn dir, gönn dir. Die hab ich dir geschossen. Ja, du bist ein richtig krasser Jäger geworden in deiner Freizeit. Holy shit. Ich bin so... Es war richtig knapp. Ich wär fast drauf gegangen. Und dann wär Game Over gewesen. War das noch keine Waffe richtig? Nee, ich hatte... Ich hatte Pickaxe. Ich hätt ihn fast einmal geschlagen. Oh man, ich hab das so lange nicht mehr gespielt. Ich hab richtig Schiss. Oh, die haben aber auch reingetriarded hier, Horika und Lara. Das war schon nicht einfach. Hier, Lara. Lara läuft oder was? Ja, Lara läuft. Alter. Lara, du kannst dich nicht mit den besten Spielern der Welt anlegen. Oh, was ist das? Wie macht der das nur? Komm, wir gehen jetzt nach... Wir gehen jetzt nach... Hier, Wailing Woods. Was macht denn diese Stinkbombe? Was macht denn die gelbe? Oh nein, nicht auf mich, du Ekel. Was macht die? Die macht Damage, wenn du drin stehst. Ah. Komm jetzt, Maxim. Wir müssen noch einen Schriftzug bauen. Wir können doch jetzt schon bauen, oder? Ja, vor... Oh shit, das war ich. Ich bin dumm. So, was bauen wir jetzt hier? Kann man nicht einfach das Wort... Oh, warte mal, warte mal, da hat sich ein Baum bewegt. Ja, der wackelt im Wind. Ach so, okay, okay. Ich dachte, den hat jemand abgebaut. So, Steuerung ist ducken, ne? So, hier farben wir uns jetzt Materialien und dann schreiben wir was, okay? Okay, dann müssen wir aber schnell sein, weil 16 Sekunden bewegt die Zone. Die Zone ist nicht auf unserer Seite. Oh, die ist gar nicht auf unserer Seite. Ja, ja. Wollen wir einen Dick bauen, oder wollen wir Dick schreiben? Nein, wir müssen was schreiben. Es gibt nur Verschreiben-Punkte, haben sie gesagt. Wir sind ja nicht in der Waldorfschule, wo Kreativität belohnt wird. So. Wo, wo, wo sind Gegner? Oh, das ist was Gutes, oder? Das ist so eine Long Range Sache. Ja, ja. Da nehme ich die Gasgranaten raus, oder? Ich bin doch eh viel besser auf Range aktuell. Ja, du bist... Nein, du darfst eigentlich nicht auf Range spielen. Du musst da rein und rushen und dann hütteln die dich, aber dann verbauen sie sich auch. Ja, okay, okay. Oh, du kannst sowieso schnell Treppen bauen, da bin ich noch nicht so gut drin. Oh, Romatra, du denkst schneller als ich sehen kann. Ich kenne meinen Sohn. Ich renne, ich renne, renne. Ich kenne meinen Sohn aller Söhne und Müttern. Und Mütter aller Väter. Und wenn uns jetzt hier jemand erwartet? Oh, scheiße. Lass uns wenigstens einen Wahlkurs schreiben. Lass uns vier Punkte sichern. Los. Okay. Okay, warte, ich fang an. Ich fang an. Warte, ich zeig dir das. Ja, ich mach F1. Das ist doch jetzt schon wieder dumm. Was denn? Wer? Matta, du bist ja schon wieder in Blutrausch. Warte mal, hörst du das nicht? Die schießen auf uns, Maxi. Ja, aber ich hab keine Waffe. Ich hab keine Range. Ah doch, ich hab ne Range. Warte. Ist das Blaue, ne? Oh, da ist er, da, da, da. Okay, okay, okay. Wo ist er, wo ist er? Da unten am Fluss. Das ist so ein krasser Film. Der ist da unten echt am Fluss. Ja komm, wir gehen da jetzt hin und töten die. Nein, 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 ich kann das Spiel nicht. Deswegen musst du vorgehen. Nein, Romata. Guck mal, der kennt das Spiel auch nicht, wie langsam der baut. Ah, ich wurde getroffen, ich wurde getroffen, ich wurde getroffen. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Er kann das Spiel deutlich besser als ich. Romata, ich bin raus. Er schießt auf mich, er schießt auf mich. Ja, ich verwende mich. Ich bin die Krankenschwester, Junge. Ich bin die Krankenschwester. Romata, 2v1, 2v1, 2v1. Ja, es ist nur einer sogar. 1v1. Ich schieße einfach dorthin, okay? Ich schieße einfach grob in die Richtung. Ja. Ich habe verloren. Ich habe gegen NoWay verloren. Das gibt es doch. NoWay ist doch einer der besten Spieler. Ist der der beste Spieler, den ich jemals gesehen habe? Das ist ja nur geil. Okay, okay. Wir rennen weg. Ich habe... Och, das gibt es doch nicht. Nein! Wo ist der? Och Mann ey. Wo ist der? Der sieht mich doch bestimmt. Das zählt mich jetzt schon wieder. NoWay hat deutlich mehr Follower als ich. Wie mache ich das? Oh! Oh! Oh, aha. Aha, schwierig. Okay, ich muss immer... Ich muss jetzt... Oh, shit. Renn! Ja, ich renne doch. Wohin? Das hätte ich niemals verlieren dürfen. Ja, Romatra, du lässt mich im Stich. Das habe ich verdient. Der rennt mir doch hinterher, oder? Weiß ich nicht. Romatra, du musst gucken für mich. Das ist Maxim! Das ist Maxim! Das ist Maxim! Rush den! Was ist das Maxim? Das ist Maxim! Hol den ab! Hol den! Was ist der, du? Den Nehmer, der muss in die Zone. Ich kann nicht mehr. Ich bin... Ich muss das verarbeiten, dass ich gegen NoWay gerade gestorben bin. Oh! Oh! Hast du gesehen? Das war close! Aber jetzt müssen wir mal rennen. Jetzt müssen wir mal rennen. Alter, lass mich in Ruhe. Junge, lass mich in Ruhe. War, 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 war! War, 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 war! War mir, war mir! War, 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 war! Ja, 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 wie? Wand! Ich, ja, 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 ja! Ja, ja, ich muss jetzt gleich hier irgendwo hin! Oh! Oh, du wirst hier hinter dir, du wirst hier! Oh! Bau, Decken! Bau, Decken! Ich, Decken! Ich versteck mich jetzt hier und heil mich. Oh, das ... Das ... Was hören die doch nicht, ne? Wenn ich mich so laut heile. Rechts, 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 schon da an die Ecke. Nein, nein, wie wichtig, wie wichtig nicht. Du bist Familienvater, du hast verantwortet bei dem. Wo bist du, ne? Wo bist du? Wo bist du als Familienvater? Oh, ja, da ist er. Schieß, schieß, schieß. Hat er nicht gemacht. Da hat er doch gemacht. Okay. Ne, outsmarted, outsmarted. Nein. Das wär so schön gewesen. Das war das Wahl der Wochen. Aber wie komm ich jetzt hier weg? Nein, nimm dir dein Zeug. Nimm dir dein Zeug. Was für ein Zeug? Ich sterbe. Okay, ich nehm dein Zeug. Aber was hat er so? Er hat ein Zeug. Da müsst ihr wahrscheinlich mit dem Medikid dabei sein, oder? Okay, nee, ist es nicht. Och, gibt's doch nicht. Ich bin am Loot Lake. Ja, bau, bau. Wie? Nein, es ist ein anderes, stimmt's? So, das. Und jetzt war nur noch Boden. Boden, Boden. Wie geht Boden? So, okay. Ja, und jetzt lauf, lauf, lauf. Ich renne. Ich hab Herdrasen. Alter, Maximus, besser. Oh, das ist ein Lama. Nimm jetzt drin. Was für ein Lama? Das Ding ist Wasser. Was? Warum Wasser? Du musst jetzt ins Wasser. Wenn du überleben willst, musst du ins Wasser springen. Nein, ich hab noch sowas. Die 4. 4, 4, 4, 4. Ich heil mich. Halt dein Maul. Ich muss mich heilen. In dem Lama sind viele Sachen drin. So ein Quatsch. Und holst dieses Lama. Lama sind vom fucking Aussterben mit drunter. Halt dein Maul. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Mach ich überhaupt plus. Ich mach überhaupt nicht plus, oder? Wie weit ist die Zone weg? Ich brauch ne Berechnung. Ich brauch ne Berechnungsangaben jetzt. Warte, warte, warte. Ca. 40 Sekunden. Okay. Ah! Scheiße. So. Wie geht der Boden? Boden geht so. Okay. Das muss reichen. So. Scheiße. Ich bin am Limit. So. Okay. Okay. Ich renne. Ich renne. Ich drück wieder Q. Ja, ja. Okay. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Wir bleiben alle ganz ruhig, Leute. Wie rechts. Da lang. Da lang. Aber das schaffst du nicht, weil du es da mal nicht vorholt hast. Ah. Okay. Jetzt muss ich heilen, ne? Ach. Scheiße. Wie viel lasst du noch? Bin ich schneller, wenn ich tanze? Nein. Ah. Hab ich jetzt noch... Da hast du viel Delay zwischen deinem Gelegen. Wie? Delay? Wie soll ich dir... Nicht... Kann ich irgendwie schneller sein, wenn ich das hier mache? Nein, 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 nein. Hör auf. Ren einfach. Hast du noch Heeling? Hast du noch Heeling? Nein. Weil du das da mal nicht wieder mal ist. Warum? 12, 10, 10, 8. Easy. So, okay. Wir gehen erst mal zur Tanke, okay? Das Beste, was man macht, wenn man ein Problem hat. Wir gehen zur Tanke. Ich habe noch sehr viel Stein. Ich kann noch den Schriftzug machen, oder? Alter, ich hab grad übelst Herzrasen. Schon wieder 30 Sekunden? Hier ist nur Schuss. Was mach ich damit? Geh da. Oh shit, ich hab's kaputt gemacht. Warum? Okay. Ist das Loot? Nee. Oh, verfehlende Scheiße. Okay, ich hab noch zwei AP, Leute. Zwei Blöcke. Oh, schwierig, Maxi. Die neun Sekunden. Und wenn die mich einmal berührt, nutzt die mich doch, oder jetzt? Ja, doch, doch. Wenn die dich einmal berührt, ist es Game Over. Du darfst nicht mehr berührt werden jetzt. Okay, okay, okay. Ich bleib ruhig. Wie bin ich denn gegen No Way gestorben? Nein, was hast du denn? Nee, auf dich hab ich mich verlassen, Junge. Auf dich hab ich mich verlassen. Ja, zusammen haben wir schon acht Punkte, okay? Ich hab Herzrasen auf Doom. Oh, da schießt jemand. Rennen einfach. Alles gut, alles gut, alles gut. Oh, Maxi. Okay, okay. Okay, 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 okay. Oh, ah. Schießen die auf mich? Nein, 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 nein. Warte, da. Nein, nicht da. Warte. Oh, ich bin so schlecht im Bauen. Okay, das war gut. Geh. Okay, alles gut. Authentisch. Läuft deine Reporter-Musik noch? So, warte. Siehst du da an? Oh, das ist so leise. So ein bisschen lauter drehen. Oh, das, ah. Wer ist das? Was ist das? Maxi? Ah! Woher? Ja, vorhin mir. Sehr schön gemacht. Okay. Also, ich sag mal so. Ich sag mal so. Wo? Ja, schwierig. Wo? Wo, Kategorie schwierig.